Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1 in der Beta, in der, jetzt bin ich im Flugzeug gespawnt, in der wohl vielleicht vorerst spannenden Runde, ich zock als Sniper, das kann ja was werden, vor allem hier mit dem Controller, alter, wir werden hier voll angeballert, ich spring mal raus, äh, einmal, ah, so, okidoki, so, äh, wo zur Hölle bin ich? Okay, wir gehen mal Richtung G, alles noch hier relativ alleine, 240 Meter, wir düsen hin, wir sind hier gerade so ganz alleine überall, oh je, jetzt kann ja was werden, ich meine, ich bin ja jetzt hier nicht der mega gute Sniper, und dann auch noch mit dem Controller, sagen wir, mit der Maus ist noch ein bisschen besser, okay, die fahren hier zu E, ja, dann lassen wir sie mal zu E fahren, wir gehen einmal zu G, Guck mal, da steht doch einer, oh, ich bin markiert, okay, naja, auf die Entfernung ein bisschen natürlich, wenn sie so rumrennen, Dann auch hier einmal getroffen So, wow, okay, schön getroffen noch So, was macht der hier? Ah, bewegt dich nicht, Kollege, jetzt lauft er hier nach oben Einmal getroffen, eigentlich muss immer aus der Sicht raus, damit der kurz nachlädt Nein, das war nix Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ich halte dann immer So, er legt sich hier hin Bäm So, also das mit dem Nachladen muss man theoretisch halbautomatisch machen Weil, wir drücken eine Tasche zum Zielen Und der leitet erst nach, wenn man die Zielen-Tasche wieder loslässt Also, wenn ich aus dem Fernrohr wieder rausgehe Erst dann So Und ich will meistens immer halten Oder draufbleiben So, mal nachladen Okay Alter, die stehen immer noch da Wieso stehen die immer hier? Sehen die irgendwelche Gegner oder so? So, wenn sie hinschauen, müssen sie in Richtung Bleibt doch mal stehen! Richtung F schauen Das gibt's ja nicht Das gibt's echt nicht Ich will ja mich verarschen, ich treffe nicht Zwar der Anfang doch noch so relativ gut Aber irgendwie doch nicht so ganz Ah, er rennt hoch Ich hab jetzt, glaub, zehn Schüsse schon abgegeben und nichts getroffen Will der mich verarschen? Hier, einmal 80 Einmal 0 Der liegt doch da! Jetzt mal hier So, und Ah, verdammt Nachladen Aber er bewegt sich, glaub ich Kann das sein? Der liegt aber noch da So, Alter, wie die hier alle hochlaufen Wie die Ameisen! So, Ameisenberg So, was, was? Nein! Ich will weiterzocken! Wieso stehst du auf? Damit mich jeder sehen kann So, hier auf dem Pferd Ja, ein bisschen zu schnell Hier rennt noch einer So, wir gehen mal ein bisschen näher ran Wir können ja auch nicht ewig hier liegen bleiben Vor allem der eine hat schon in unsere Richtung geschossen Irgendwann fällt das ja auch ein bisschen auf So, aber es sind ja auch Teamkameraden So, hier ein bisschen mal markieren Alter, immer 72 Ah, verdammt Hat er mir geklaut So, hier ist einer Äh Hier noch einer Erstmal hier ein bisschen spotten Kriegen wir auch ein bisschen Punkte mit So, hier ein Auto Aber komm, ja komm Jetzt sind ja so viele von uns Ich will auch noch Capture-Punkte Let's klauen die mir auch noch voll die Punkte Ja, komm, 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 komm So, ein bisschen Ja, okay Wir müssen ja noch einnehmen Ich dachte, bis das Rote weg ist Aber ich gebe doch noch ein bisschen Punkte So, ah, tot So, ah, ah, ah Warte Alter, ist der ein Feind Alter, oh, daher kommen die Okay Vor allem neben mir so feindliches Fahrzeug Was ist mit dem los? Der steht da nur rum Okay, hätte mal eher Nach rechts schauen können So, ich bin auch in gar keinem Squad drin Die sind hier alle Wieso sind hier überall, äh So Schlösser Kann ich hier nirgends rein? Aha Okay Sollte ich vielleicht auch erst mal rausgehen, oder? Ah, man muss halten So, aber jetzt komme ich auch nirgends rein Wieso nicht? Hier, Queenie Also muss ich auch voll Okay, schauen wir mal hier rein Ja, jetzt können wir auch hier Bei den Kollegen ein bisschen spawnen Oh, Hallöchen Gleich mal eine Granate als Geschenk Oh, da hinten ist auch noch einer Au, au, au Deckung, Deckung, Deckung Autsch Irgendwo weiter hinten war noch einer Oh, Hallöchen Steht da da hinten In einem Panzer Hier randt auch einer Oh, sieht er nicht? Nein, die Döben Jetzt legt er sich hin Na super Will doch auch Hier war er So, nein Lauf halt rein Aber jetzt einmal Autsch, au, au, au So, komm doch, komm doch Kommt irgendwo hoch Willen wohl nicht so ganz Schauen wir mal, dass der Stein Links vor mir so ein bisschen Als Deckung dient So, komm raus, komm raus, komm raus Wo geht der jetzt hin? Der ist doch da oben irgendwo Gibt's ja gar nicht Der da links irgendwo Ah, hier einmal So, na, alles, geht er wieder runter Hier auch wieder einer Mal nach dem anderen Da um 10 gerannt Oh, nee, ist schon noch da oben Oh, da liegt einer So, einmal Aha Wenn man so ein bisschen läuft Ah, verdammt Er hat mich gesehen, okay Er hat doch einmal Auf mich gezielt Weil man immer so ein bisschen So ganz leicht Nach rechts, links geht Natürlich So, wo spawn ich? Wo spawn ich? Einmal hier Kann natürlich Interessant werden Da waren wir noch So zwei, drei Gegner Glauben Irgendwo 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 hier Drüben Ja eigentlich auch Guck Hier auf den Schneider Nicht, dass ich Ja Die Gegner im Rücken hab So, mit der Knarre Oder Nahkampf Komm, Nahkampf Hopp Oh, nein Da muss man mehrmals Schlagen Gibt's ja gar nicht Ouch Warte, dreimal schlagen Und ich denke, wenn ich das mit dem Bayonett aufladen mach Dann reicht vielleicht eins Aber dreimal Schaut schon ein bisschen heftig So, Flugzeug oder Reinspawn Ja, wir haben sogar Kampfflugzeug Oh je Wieso geh ich wieder In das Flugzeug? Ich kann doch eh nicht fliegen Vor allem nicht mit dem Stick So, alter Autsch Was hat mich da gerade getroffen? Irgendwie ist meine Mutter kaputt Ich geh mal raus So, was hab ich jetzt Für eine Knarre? Hä? Bin ich jetzt Irgendwie als Pilot Gespawnt oder so? Ich hab gedacht, als Sniper spawne ich Vor allem, das ist ja gar keine richtige Klasse Ich hab nur eine Knarre Oh, da hab ich aus Versehen Die Sniper Einmal im Flugzeug liegen lassen Hier einmal Ah, der eine ist Schon voll alleine gestorben Der hat mich auch nicht gesehen Auch gut Na, super Moment mal Wir könnten ja theoretisch umdrehen Und die Knarre aufheben Nein, 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 Knarre Die Knarre Aber er hat mich natürlich Doch noch entdeckt Der ist schon von mir weggefahren Wieso trete er wieder um? Wäre ich einfach nur weitergelaufen? So, jetzt habe ich hier ein normales Spawn Als Sniper Soll der eine hier Oh, ne Sniper-Runde Sein So, na, na Kommst nicht hinterher Musch laufen Kollege Ich würde ja Gern stehen bleiben Für dich Aber ich bin nicht Fahrer Also Ich kann leider nichts dafür Ansonsten wäre ich gerne Stehen geblieben So, was haben wir hier drüben? Auch nicht viel Oh, ja, mein Oh, ich kräfe viel gut Ich weiß nicht Mit der Waffe Geht irgendwie gar nicht Wie viele hier sind Alter Ah, hier komme ich nicht hin Und der ist einmal über Jetzt dreht er so blöd weg Ah, jetzt rollt Jetzt dreht er wieder hin Und ich wechsle die Seiten Ich werde mich verarschen Ah, Fahrer Jetzt komme ich da drüben wieder Nicht an den Mügel hin Wo die ganzen Gegner waren Ah, vielleicht sind sie schon weg Das gibt's ja nicht Flugzeug Äh Eigentlich kommt mit dem Tier Die Weisselflugzeugwaffe Oder für Flugzeuge So, wo will er denn hin? Bei D Sollte doch gar nichts sein Oh, wieder nach hinten schauen Jetzt sind wir auch wieder alleine Ausnahme vom Fahrer Aha Ah, ich denke mal Er geht Richtung F Oder Richtung G Weiß nicht Kommt er zu F hin So, hier oben Ah, die Steuerung teilweise Ich weiß nicht So Fahrzeugen Ich steig aus Dann wackelt's nicht so Ah doch Da kommt er sogar In F rein Ist hier oben Irgendwo einer Nee So, da oben ist auch einer rumgelaufen Oh, hier kommen welche Ah, Löchchen Oh, sehr schön Ja, war sehr schön Da oben rennt einer Ja, lassen wir mal rennen Ich weiß nicht, ob ich auch da hoch soll Mein Anfang von der Runde hat man gesehen Zumindest da, wo ich war Das war schon so eine übelste Zielscheibe Oh, es läuft damit nicht hier weiter Ja, sehr schön, gell Haha Komm, wir laufen mal nach oben So, hier Kann man von jeder Seite Angeschossen werden Ah, ne Okay Schon gedacht Zuerst ist es ein Gegner oder so Enemy Armored Train Was Ein gegnerischer Zug Alter Sollte meiner sein Einfach platt gefahren Einfach rüber Nein Pistole Den kriege ich noch Den kriege ich noch Ah, verdammt Jetzt gedacht ich habe noch ein bisschen Deckung Durch den Stein da links Den anderen kriege ich Okay Doch noch bekommen An sich Okay Soll ich bei F reingehen Oder hier Oder da Oder da Gehen wir doch hier hin So, ouch So, hier oben Äh Komm ich nicht mit hin So Alter Da ist der Zug Kann ich dem irgendwie Schaden machen Das sieht ja jetzt nicht so aus Ich glaube da brauchen wir wohl größere Waffen Na, nicht so ganz Leider Okay Mal wieder ausgestiegen So, hier haben wir niemand Oder? Da, da drüben Hallöchen Granate Weil ich gebe sie dir den Rest Komm, wir laufen einmal hier Alter Jetzt habe ich so einen schönen Treffer kassiert Gelandet Nicht kassiert Und dann noch eine Granate Dann macht die Granate so wenig Schaden Ist der da gewesen? Nein Oh, jetzt sind da mehrere So, komm nachher Komm doch her Na, komm Komm Autsch Irgendwo mehr werde ich angegriffen Mal der hier Ich habe gedacht von weiter weg ist schon noch ein Schuss gekommen So, und da hast du der Zug Jetzt ist er schon plötzlich weg Ne, ist schon noch da, oder? Mal vom Sound Hier kommt er wieder Oha So, einmal oben rum Mit dem Sniper So, aber von hier oben kriegt man halt vielleicht die Karte nicht Ah, die Karte sag ich schon Die Flagge Jawohl Ah, jetzt noch nicht Na, komm, gehen wir runter Egal So Die haben G Gerade erst eingenommen Deshalb kann natürlich sein, dass sie auch von G kommen Was haben wir hier? Kann man was mit den Meterzahlen einstellen? Okay Ja, ich lass mal 75 So Oh, da sind mehrere Alter, oben noch einer Den schießt irgendwie gar keiner Kollege Hier, der da Alter, von links auch noch Okay, woher kam der? Der kam auch irgendwie aus dem Nix Ich habe gedacht, hinter mir sind vielleicht noch so ein, zwei Verbindete Aber Hatten keinen Bock Oder sind auch gestorben Sind weggerannt Keine Ahnung So Mitten im Haus Okay Sehr schön Darf ich durch? Dankeschön Okay Jetzt drehen wir mal die Antenna So, irgendwo Ah Autsch Oh, ich bin sehr angeschlagen Na 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 Ah Okay Ja, war doch gut Car Bullets Was war das hier? Wieder was Neues Irgendwie verstärkte Kugeln oder so Ja, wir haben auch so ein Zeichen Aber was bringt das? So, Flugzeug Bam Abgestürzt Ah, hier kommt wieder der Zug Oder hinten Oh, der hat mich gesehen Ah So Autsch Okay Aber Ja, okay Schon vorbei Oh, auch ganz schön Gut mit Punkten Vorsprung gehabt Okay, ich bin mal gespannt Endresultat Ich fand es ja so mittelmäßig Okay, am Anfang haben wir ein bisschen Puckets gemacht Als Sniper bin ich ja eigentlich nicht so unbedingt Der Beste hat man ja gesehen So, was haben wir denn hier Alter Ha So ein Noob Hat nicht alle 5 bekommen Nur 4 So, was haben wir denn hier Highscorer Okay Wie ist er das? Ja, Flaggenerobert 5 Einmal wieder Stufenaufstieg 1,75 KD Okay Okay Von mich eigentlich eine Eigentlich einigermaßen hohe KD Und das mit einer Sniper Okay, der Anfang halt natürlich Was haben wir da gehabt Da hatten wir schon so 3, 4 Kills Schon alleine Wo ich eigentlich groß Mir eigentlich jeder den Rücken fast schon zugedreht hat So, was haben wir hier? 14,8 Ja Okay Ja, dann könnten wir ja mal ein paar Runden Sniper spielen, oder? Gar nicht mal so schlecht gewesen Die Gegner eigentlich auch eher mittelmäßig Ja Okay Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Wiederschauen und reingehauen